... ... ... ... ... Das... ... ... ... ... Ja, das wäre es, oder? Weißt du, das fühlt sich besser, aber in dem Moment, in dem du deine Balance verlierst, ist das schön. Da muss ich sagen, das war auch so schwer, aber ich glaube, das ist ein bisschen draufgeguckt. Und du merkst, am anderen ist es ganz stark, die müssen unabhängig überlegen. Ja, wenn es sich gefällt, trotzdem hier die Hände bleiben zusammen und du schiebst ihn und sitzt nicht mit der Hand. Im Moment, wo deine Hand zu haust, möchte ich jetzt direkt mal hinüberbiegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.